In einem intensiven Spitzentreffen hat Tabellenführer Borussia Dortmund mit 1 zu 0 die Oberhand über RB Leipzig behalten. Nachdem Bayern München einen Tag zuvor mit 3 zu 1 in Hoffenheim gewann, bestand der BVB den Stresstest gegen Leipzig und bleibt mit 6 Punkten Vorsprung auf dem Spitzenplatz. Welche Erkenntnisse vom Abendspiel könnten den weiteren Verlauf der Rückrunde prägen? Was im IS-Sportgesetz ist, lässt sich häufig auch auf die Bundesliga übertragen, Offense-Winz-Games, Defense-Winz-Championships. In 54 Spielzeiten gewann 34-mal jene Mannschaft die Meisterschaft, die die wenigsten Gegendere kassierte. Und Dortmund ist auf Kurs, dank der stabilen Abwehr haben die Westfalen erst 18 Gegentreffer bekommen, Platz 1 in Sachen Defensivstärke, Leipzig und Mönchengladbach haben genauso viele. Schwärmereien über die BVB-Offensive sind gerechtfertigt, allzu gern vergessen wird allerdings die Abwehrarbeit, die schon bei den Außenstürmern anfängt. Jadon Sancho eroberte gegen Leipzig beispielsweise 6 Bälle. Im Zentrum sichern Axel Witsel und Thomas Delaney ab, was auch gegen Leipzig gut funktionierte. Warum kam RB trotzdem zu so vielen Tor-Gelegenheiten? Schuld waren die zahlreichen Fehlpässe, die Leipzig mit intensivem Pressing erzwang. Während sich Manuel Akanji, Hüftverletzung, und Ömer Toprak, Muskelverletzung, im Krankenstand befinden, und Neuzugang Leonardo Baledi bei den U20 Südamerika-Meisterschaften weilt, sah sich Trainer Lucia Favreau erneut gezwungen, den nominellen Defensiven 6er Julian Weigl als Innenverteidiger aufzustellen. Und der 23-Jährige überzeugte wie schon am 17. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Weigl kam auf neun klärende Aktionen. Ist ein Transfer nach Paris noch eine Möglichkeit? Er bleibt auf jeden Fall bis zum Saisonende bei uns, machte Sportdirektor Michael Zorc nach dem Spiel klar. Im Sommer verpflichtete Borussia Dortmund Augsburgs Stammterward Marvin Hitz, der Roman Bürki Druck machen sollte. Offensichtlich hat der Konkurrenzkampf dem Schweizer angetrieben. Aktuell schwingt sich Bürki Woche für Woche zu Höchstleistungen auf. Beim Duell in Leipzig war Bürki vielleicht der beste Spieler auf dem Platz. Gegen Marcel Sabitzer, 47. 74. und Timo Werner, 77. klärte Bürki gleich dreimal spektakulär. Im Sommer war Rafael Geheru noch ein Verkaufskandidat. Der 25-jährige Portugiese, der 2016 für sein Heimatland beim EM-Triumph in Frankreich mit dabei war, war häufig verletzt, wirkte bisweilen lust- und emotionslos. Inzwischen ist Geheru endlich angekommen, Geheru ist schwer vom Ball zu trennen, und bringt sich aktiv ins Offensivspiel ein. Im linken Mittelfeld scheint er seine Idealposition gefunden zu haben. Gegen Leipzig schlug Geheru die Flanke, die über den Umweg wo Kaschpiskzeug zu Witzels Tor führte. Insgesamt kam er auf sechs weitere Flanken, insgesamt der beste Wert in diesem Spiel. Die Stichprobe ist gering, doch man sollte es nicht unterschlagen, der BVB funktioniert auch ohne Marco Reus. Im Mittelfeld bestimmte Witzel beim BVB klug den Rhythmus, im Angriff machte Mario Götze viel Druck über die linke Seite. In der zweiten Halbzeit wurden die Offensivbemühungen ein wenig zurückgefahren, auch Jadon Sancho kam offensiv nicht zu zum Tragen, jedoch lässt sich auf dem Auftritt aufbauen. Dortmund wird in der nächsten Woche voraussichtlich erneut auf Reus verzichten müssen, der am Freitag im Training umgeknickt war, und sich eine Bänderdennung zuzog. Mario Götze präsentierte sich sehr motiviert, was seine Laufleistung als Spieler mit den meisten Kilometern bezeugt. Er wirkte frisch und agil, und hatte auch offensiv seine Szenen, wie beim Pass auf Jadon Sancho in der 52 Minute, den dieser aber nicht verwerten konnte. Letztlich ließ Götze aber die letzte Durchschlagskraft vermissen, und hatte keinen Schuss aufs Leipziger Tor. Eine gute Leistung muss man dem Weltmeister aber nichtsdestotrotz attestieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017